Sie werden des versuchten Mordes an Andy Warhol angeklagt, möglicherweise sogar des Mordes. Das ist keine Krankheit. Ich wiederhole mich. Das ist kein Krankheitszustand. Es ist vielmehr ein Zustand von extremer Klarheit. Von grellem, weißem Operationslicht auf alle Wörter und Dinge, Körper und Identitäten. Valerie Solanas war fantastisch. Sie war erstrahlend, blendend, intelligent. Deine sogenannte Diagnose ist eine genaue Überschreibung des Zustandes der Frau im Massenzischhose-System. Hier wird bereits Zukunftsmasse gespielt. Was ist denn mit der Stellung der Frau im System des Begehrens? Heben wir uns für einen anderen Tag auf. Heute ist der Begrüßungstag für unseren neuen Studenten. Jedes Mädchen im Patriarchat weiß, dass Schizophrenie und Paranoia und Depression kein Ausdruck eines individuellen Krankheitszustandes sind. Vielmehr ist es die definitive Diagnose einer Gesellschaftsstruktur und einer Staatsform, welcher auf der ständigen Verunglimpfung der Hirnkapazität der halben Bevölkerung basiert. Alle verheirateten Frauen sind Prozidierte. Nur echte Huren sind echte Frauen. Die Angeklagte Valerie Jean Solanas hat am Abend und in der Nacht vom 2. auf den 3. Juni 1968 auf den Kläger Andy Warhol vor dessen Atelier, genannt The Factory, gewartet. Als der Kläger gegen 2 Uhr nachts in sein Atelier zurückgekehrt ist, kam die Angeklagte wieder und feuerte drei Schüsse auf den Oberkörper ab.